Moin Leute, Trimax hier. Heute gibt es leider keinen Stream, da ich zu viel noch für die Gamescom vorbereiten muss. In Clash Royale ist aber einiges am Start und deswegen gibt es jetzt diese Folge. Dazu werde ich noch Fragen klären bezüglich der Gamescom, das kommt auch noch gleich. Also, wir sind schon in 18 Tagen, kommt der Mega-Ritter. Absolut drauf gehypt. Ich kann ihn ja selber schon spielen, ich darf euch nur noch kein Gameplay zeigen. Ich habe da ultra Bock drauf. Ich werde auf jeden Fall auch wieder ein fettes Opening machen, direkt wenn er rauskommt. Keine Ahnung, am ersten Tag Level 3 wäre schon geil. Ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen. Man muss da auf jeden Fall auch eine ganze Ecke Glück für haben. Ich bin mir recht sicher, dass die Karte sehr, sehr stark sein wird. Und ich werde auch versuchen mit dem Level 1 Account die Karte zu bekommen. Mal gucken, ob wir dann da auch noch einen höheren Trophäenrekord hinbekommen. Des Weiteren bekommt jeder Spieler zwei Free Magical Chests. Die werde ich mir auf jeden Fall gönnen auf dem Trimax-Account, Trimax-E-Sports-Account und auf dem Free-to-Play-Account. Da ist das Ganze extrem wichtig. Aber ehe wir dazu kommen, spreche ich mal ganz kurz an. Ich werde meine allerersten Fantreffen überhaupt haben. Gleich zwei Stück auf einmal. Das Ganze auf der Gamescom. Und wo und wann, das teile ich euch kurz mit und schreibe es auch in die Beschreibung. Das Erste wird es direkt am Mittwoch geben auf der Gamescom von 14 bis 16 Uhr in Halle 9. Also bei der Twitch-Launch. Stand A052 bis A061. Keine Ahnung, was das heißt. Ihr werdet das sehen. Das ist riesig. Das ist das ganze Ding von Twitch. Das könnt ihr nicht verfehlen. Okay, das kriegt ihr hin. Dann haben wir das nächste Fantreffen, falls ihr es in der Woche nicht schaffen solltet. Also das coole Treffen ist am Mittwoch. Und dann haben wir noch ein kleines Treffen für die Leute, die es nicht geschafft haben. Am Samstag von 14 bis 15 Uhr beim ESWC-Stand in der Halle 5.1 am Stand A20. Auch da nochmal ein Fantreffen. Wir können Fotos machen, wir können quatschen. Autogrammkarten wird es geben, bis sie alle sind. Ich weiß nicht, wie viele Leute kommen. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele Leute, glaubt ihr, kommen dort vor Ort vorbei. Bei beiden Fantreffen zusammen. Mit wie vielen Leuten rechnet ihr? Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie gemacht, seitdem ich ein paar mehr Abonnenten auf YouTube habe. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich werde das Ganze natürlich filmen. Ich habe mir extra eine neue Vlog-Kamera geholt. Von den Einnahmen der Produktplatzierung und Equipment alles dazu. Ich werde sehr viele Vlogs machen. Schreibt auch mal in die Kommentare, wie viele Vlogs wollt ihr sehen? Wollt ihr jeden Tag einnehmen? Ich nehme meinen Computer mit. Ich werde euch versuchen, jeden Tag einen kurzen versuchen, euch zur Verfügung zu stellen. Ein bisschen mehr filmen. Oder sagt ihr, lieber nicht so viele Vlogs. Mach mal einen etwas längeren, aber spamme uns da nicht so mit Videos voll. Auch das mal ganz kurz in die Kommentare. Des Weiteren gibt es ein ESWC-Turnier. Da kommt Berin, Surgical Goblin, Nen Sensei. Alle Leute sind da am Start. 5.000 Euro Preisgeld. Ich werde das live casten am Donnerstag und am Freitag. Jeweils 8 Stunden. Megakrasses Turnier. Das Ganze wird auch live gestreamt. Ich werde das, glaube ich, zusammen Cast mit Chef Strobl und Stan Play. Vielleicht kommt Bigspin noch spontan dazu. Das ist noch nicht safe. Das wird schon mal mega krass. Einfach mal live vor Ort casten. Habe ich auch noch die gemacht. Da könnt ihr mich dann auch live sehen. Ich versuche auch die Turnier-Ausschnitte, die Highlights davon, versuche ich auf meinen YouTube-Kanal dort hochzuladen. Damit ihr da nichts verpasst. Das gibt es noch. Und als letztes für alle Clash-Royale-Spieler könnte es sehr interessant werden. Wir werden vor Ort, genau, auch am Samstag, am 26.08. Wieder beim Twitch-Stand. Riesending. Von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr ein 1.000-Mann-Turnier machen. Nur mit den Leuten, die vor Ort sind. Okay. Es können nur die Leute gewinnen, die vor Ort sind. Die kommen alle safe rein ins Turnier. Und, keine Ahnung, der Erste kriegt 150 Euro oder 250 Euro Preisgelder an Amazon-Gutscheinkarten oder Android-Playkarten oder iTunes-Karten. Je nachdem, was wir da haben. Da wird es dann auf jeden Fall fette Preise geben für den 1., 2. und 3. Die Leute, die vor Ort sind. Da bin ich auch mal gespannt, wer alles so da sein wird. Der ein oder andere Pro wird sich da bestimmt auch blicken. Also kann auf jeden Fall jeder, der sowieso am Start ist, kann da gerne mitmachen. Genau. Die anderen Programmpunkte sind jetzt nicht interessant für Clash Royale. Werdet ihr euch aber auch noch auf dem Laufenden halten. In den Vlogs werdet ihr ja sehen, was ich dann so mache. Das dazu. Jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand. Jetzt wisst ihr Bescheid. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr dort vor Ort sein werdet oder nicht. Und, wie viele Leute denkt ihr, werden vor Ort sein bei beiden Fantreffen zusammen. Das interessiert mich, wie eure Einschätzung da ist. Jetzt öffnen wir auf jeden Fall die 6 Free Magical Chests. Das Ganze natürlich eingeleitet, weil 2 und 2 wieder back ist. Ich werde die Dinger jetzt öffnen. Am allergeilsten wäre es natürlich, ich öffne den Free-to-Play-Account als letztes. Am krassesten wäre es, wenn die Kisten richtig heftig sind auf dem Free-to-Play-Account. Wir gucken mal, was wir auf den Trimax-E-Sports-Account bekommen. Jede Legendary-Card wäre halt schon ne geile Sache. Okay, okay. Ich dachte, ich hatte schon befürchten, dass da was drin sein könnte. Gut, das nehmen wir mit. Das ist fertig. Kommen wir zur nächsten. Da steht einfach Free. Da steht sonst immer ein Juwelenbetrag. Auf jeden Fall nice das Ganze. Okay, auch das hier gibt nur Gold. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Gut, dann öffnen wir nochmal schnell die Free-Chests. Man kann ja nie wissen, ne? Okay, nichts dabei. Kommen wir jetzt zum Trimax-Account. So, auch hier keine Legendary-Card im Shop. Aber vielleicht ja aus einer kostenlosen Magietruhe das Ganze. Hier haben wir... Ne, das ist auch keine... Sag mal, ist die Wahrscheinlichkeit gesunken hier was? Gesunken? Wir hätten doch letztens schon sechs Magical Chests geöffnet und ein Legendary. Das kann doch langsam gar nicht angehen. Ach, ich denke immer, ich habe eine. Aber dann fehlen immer noch die Rares. Okay, hier auch nicht. Jetzt kommen wir zum alles entscheidenden Account, den Free-to-Play-Account. Da wäre es halt umso geiler, doch ein Legendary zu ziehen. Mal gucken, was da rumkommt. So, erstmal Free-Chests und Silver-Chests weg. Vielleicht hier irgendwas brauchbares. Federmäuse waren ganz nice. Musketier auch. Und in der Silberkiste. Wieder ein Musketier und Eisgeist. Okay, das war schon mal nicht verkehrt. Jetzt kommen wir zu den Magical Chests. Oh, hier hätten wir einen Lava-Hund. Den könnte ich mir jetzt gönnen. Dann hätte ich einen Level 2. Brauchen wir aber nicht. Würde ich jetzt nicht spielen. Magical Chests. Hier sind jetzt drei Epics drin. Und... Komm. Eine... Eine Legendary wäre doch cool. Jetzt kommen wir zur letzten Kiste. Mal schauen. Nee. Nee. Absolut nicht. Noch nicht mal fast. Keine Legendary. Und dann noch eine Hexe. War die so geil, die Kiste? Eher nicht. Eher nicht so. Gut, das Ganze ist free. Wollen wir uns nicht beschweren. Man kriegt das Ganze kostenlos. Naja, gut. Schreibt ihr auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr was gezogen habt. Das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Bin auf jeden Fall richtig hyped auf den Mega-Ritter. Das war auch eine feine Sache. Und hoffentlich sehen wir uns auf der Gamescom. Es wird in der Zeit, wo ich dann weg bin, ein paar weniger Videos geben. Dafür mehr Livestreams, wenn ich irgendwo halt live gehe. Aber da halte ich euch auch auf den Laufenden. Könnt ihr auf jeden Fall auch auf Instagram folgen. Da arbeite ich dann wahrscheinlich auch noch mit meiner Tagesstory. Das sollten genug Informationen für heute sein. Wir sehen uns im nächsten YouTube-Video oder im nächsten Stream. Hau rein.